Hallo, herzlich willkommen zu dem zweiten Teil unseres NES-Videos, jetzt unsere Top 10. Wir haben ja alle so unsere Präferenzen, ich stelle die Spiele einfach mal vor und jeder sagt sowas, was er dazu zu sagen hat. Und wie bei jeder Top 10-Fall kann ich mir nur sagen, sehr subjektive Auswahl, es kann durchaus andere Reihenfolgen geben, aber das ist eben unsere. So, genau. Das heißt, das sind Spiele, die wir als besonders spaßig empfinden, die uns vielleicht auch so ein bisschen geprägt haben, weil wir sie oft gespielt haben. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit unserer Nummer 10. Unsere Nummer 10 ist Crackout. Das ist ein Breakout-Klon auf dem NES und macht einfach tierisch Bock. Crackout ist jetzt grafisch nicht besonders ansprechend, ist spielerisch auch relativ simpel, aber es hat einfach den gewissen Suchtfaktor, der mich immer überzeugt hat. Es gibt genug Spiele, die grafisch aufwendig sind und spielerisch schlechter, doch lieber die Variante. Ja, das stimmt. Heutzutage besonders sehr oft. Weil es eben ein Breakout-Klon ist und auch nicht nur exklusiv auf dem NES, haben wir uns dafür entschieden, das als Nummer 10 zu machen, was einfach trotzdem ein ziemlich witziges Spiel ist, was auch, finde ich, in eine Sammlung durchaus reinpassend. Für die, die der Spieler im Prinzip noch nicht kennen, man hat unten so eine Art Bühne im Spiel. Also so ein Pong-Schläger, wenn man es mal so ganz grob verfeinert und versucht, den Ball dann möglichst lange oben im Spielfeld zu halten und Blöcke zu zerstören. Man muss aufpassen, dass er nicht unten ins bodenlose fällt, weil dann ist der Punkt und der Ball verloren. Und das ist eigentlich das Breakout-Prinzip, wie man es so kennt. Simpel, aber lustig. Schöne Grafik, hast du ja schon gesagt. Sieht so ein bisschen aus, so von der Farbpalette fiel mir vorhin auf wie auf dem C64. So mit schönen Schattierungen unter diesem Brett unten drunter. Also es sieht halt für das, was es sein will, sieht es sehr gut aus. Also einfach solide Handwerkskunst, schönes Spiel. Unsere Nummer 10. Unsere Nummer 9. Iceclimber. Auch ein Spiel, was ich in diese Top 10 gebracht habe. Ich finde, es macht einfach Bock. Auch wieder simples Spielprinzip, grafisch auch wieder nicht sehr ansprechend. Aber ich finde... Man erkennt ein Muster. Ja, genau, genau, genau. Aber sonst bin ich immer derjenige, auch bei der Mega Drive-Folge, war ich derjenige, der gesagt hat, Mensch, das ist grafisch doch top. Ich weiß gar nicht, warum die Leute das immer als Kinderspiel abtun bei Rocket Knight Adventures zum Beispiel. Ich gesagt habe, guckt euch mal die Wolken an, wie das grafisch ist. Das macht doch beim Zuschauen schon Spaß. Und das war spielerisch natürlich auch nicht schlecht. Aber ich muss sagen, ich bin natürlich auch ein Fan von Spielen, die Fun machen. Und das ist dieses Spiel für mich. Ich finde einfach, dieser kleine, putzige Kerl, der sich da hocharbeitet und versucht, irgendwie Punkte zu bekommen, ist einfach... Auch ein Spielprinzip, was danach oft kopiert wurde. Das ist... Genau. Irgendwie in der schlimmsten Version als Yeti Sports von RTL oder so. Ja, um Gottes Willen. Aber mir fehlt so ein, wo du es vorhin hochgezeigt hast, ich habe es auch nie besessen. Aber ich weiß noch, dass das immer ein heißer Titel war, um sich mit Schulkollegen aus der Grundschule zu bekriegen nach Schulschuss, in dem man sich halt vor Eisklammern zu zweit gesetzt hat und versucht hat, sich da gegenseitig... Punktemäßig abzuschieben. Versuchen, über die Ebenen hinweg dann Steine in den Weg zu legen. Das hatte ich ganz vergessen. Das ist natürlich auch immer noch ein Multiplayerspieler, was tierisch Sport macht. Nicht nur der Spielwert für den Einzelnen, sondern auch wirklich für mehrere. Und deswegen, ich glaube, Funfaktor reicht für eine Nummer 9. Ja, zu Recht. So, unsere Nummer 8. Habe ich mitgebracht, das Spiel The Battle of Olympus. Ist das Spiel wirklich, was ich in meiner NES-Vergangenheit die meiste Zeit mitverbracht habe? Ist ein Rollenspiel, ist, sag ich mal, ein bisschen anders aufgebaut, als jetzt ein Zelda spielt. Angesiedelt im antiken Griechenland. Man ist so ein kühner Recke der Antike. Da ist das Wort wieder. Du musst in jeder Folge jetzt das Wort Recke einmal verstecken, ja? Wer es findet, der kannst du in die Kommentare schreiben. Der erst mit einer Keule anfängt und danach und nach halt aufgerüstet werden kann. Gegen verschiedene mythologische Figuren spielt. In verschiedenen, von Athen bis, mir fällt gerade keine andere Stadt ein, in der antiken Griechenlands, aber verschiedene... Also von Drachen bis Carstens Mahm ist alles dabei, eigentlich an Endgegnern, was man so... Gut, dass meine Mutter kein YouTube guckt. Die diverse Aufgaben muss man lösen. Lustigerweise gibt es noch ein ellenlanges Passwortsystem mit an die 20 Zeichen, wo ich früher hatte ich so ein Endlos-Papier vom Booker, wo ich in meinem Kinderzimmer über Seiten des Endlos-Papiers irgendwie Passwörter aufgeschrieben habe, aber wirklich forderndes, motivierendes, lustige Spiel, Grafik ist nicht grandios, aber ist besser als die zwei Spiele, die Henning bis jetzt vorgestellt hat. Ja, ich hab's ja verstanden, aber dafür ist es auch keine leichte Unterhaltung, sondern man muss das Spiel auch schon, also man muss ins Spielgeschehen eintauchen. Bei Ice Climb war es auch mal so eine nette Runde zwischendurch und da ist es wirklich, du musst dich auf das Spiel einlassen, musst da quasi, du musst eigentlich im Spiel sein. Also nix für zwischendurch, sondern meine Top 8 ist schon ein bisschen anspruchsvolleres Programm. Bucky O'Hare ist meine Nummer 7. Ein Spiel aus der Ära, wo Konami und Capcom eigentlich nur gute Spiele gemacht haben, Klammer auf, Minus Bajubili, Klammer zu. Henning kann davon eine Geschichte erzählen. Das war ein guter Kauftipp von Carson auf der Retro-Börse, dass ich mir Bajubili kaufen soll, weil man von Konami aus der Epoche ja wirklich alles spielen kann. Das stellt jetzt gerade unsere Top-10-Auswahl sehr infrage. Die ist natürlich richtig gut, weil die hat mich Carsten alleine festgelegt. Richtig, genau, das habe ich, ja, ja. Und Bucky O'Hare, ich meine, O'Hare. Habe ich da meinen Namen gehört? Henning, wie oft habe ich dir schon gesagt, du sollst meinen Namen nur dann anrufen, wenn es wirklich wichtig ist. Für so eine Random-Kacke habe ich jetzt mal so gar keine Zeit. Außerdem bin ich beschäftigt. Ich gucke mir gerade an, wie die Welt den Bach runtergeht. Falls mich jemand sucht, ich hole mir jetzt ein Bier. Tschüss. Muss ja gut sein. Carsten, warum hast du dieses Spiel denn ausgewählt? Warum habe ich dieses Spiel ausgewählt? Und zwar habe ich es ausgewählt, weil es so wie viele gute Plattformen aus dieser Zeit auf einer Samstags-Morgens-Cartoon-Serie basiert. Bucky O'Hare. Bucky O'Hare. Bucky O'Hare. Kennt vielleicht der ein oder andere noch, wahrscheinlich die meisten, aber eher weniger, war eine sehr merkwürdige, zeichnliche Serie um einen Weltraum reisenden Hasen, der seinen Heimatplaneten von wild gewonnenen Kröten befreien muss. Also quasi die ein bisschen umgedrehte Version. Realsatire quasi. Ja. Für was auch immer der Hase steht, aber naja gut. Auf jeden Fall ein sehr schön gemachtes Spiel. Also Kapitalismuskritik bei Kröten und Geld. Ja genau. Und wofür steht der Hase dann? Der Hase, keine Ahnung von. Ah, du wolltest doch keine schlechten, wer wollte mir zu reinmachen? Playboy-Lizenz irgendwie mit Bucky O'Hare. Falls man jetzt hier gerade sieht, was in diesem Spiel passiert, muss ich jetzt noch zusehen, dass ich keine lizenzrechtlichen Probleme bekomme, weil ich jetzt Playboy-Bilder einblenden muss, damit das alles irgendwie noch aufeinander passt. Aber egal. Wir wollten ja kurz über Bucky O'Hare reden. Bucky O'Hare, auch eine sehr ultra-rehere Wertanlage mittlerweile. Kommt aus einer Zeit, wie gesagt, wo Plattformer auf dem NES eigentlich das dominierende Spiele-Bild war. Und dasselbe wie bei Darkwing Duck und anderen Titeln. Man rennt einfach von links nach rechts durchs Bild und muss sich seiner hasigen Haut erwehren, indem man nach allerlei Kröten abschießt oder halt Plattform-Level übersteht. Ein gutes Konzept, was einfach vielfach auf dem NES umgesetzt wurde. Und ich fand es halt was Besonderes, weil es halt auf einer Serie basiert, die man nicht so in jedermanns Erinnerung findet. Deshalb Bucky O'Hare, meine Nummer 7. Wenn ich ein Tag mit freundlichen Diebels. So, fertig getrunken. Unsere Nummer 6. Pirates. Sid Meyers Pirates für den NES. Habe ich auch ausgewählt. Grafisch finde ich absolut gut. Aber vorher zum Spielprinzip, wer es nicht kennt. Sid Meyers Pirates beschäftigt sich dem Namen nach mit dem Piratenleben. Und man spielt quasi einen wunderschönen Freibeuter, der sich dann quasi in eine Epoche noch einordnen lässt und auch noch eine passende Nationalität bekommt, die man auch frei auswählen kann. Man hat zahlreiche Möglichkeiten, seinen Charakter selber zu gestalten mit Hauptfähigkeiten, mit Nebenfähigkeiten und muss dann mit diesen Fähigkeiten versuchen, möglichst viel rumzuerhaschen, um zu einem gefürchteten Piraten zu werden. Und das ist nicht nur grafisch relativ ansprechend, wie man jetzt wahrscheinlich sieht, sondern es gibt unglaublich viele Optionen, wie man den Spielausgang positiv oder negativ für sich oder andere beeinflussen kann. Und es gibt auch die Möglichkeit, was ja bei NES-Modulen relativ selten ist, es gibt die Speicherbatterie, sodass man seinen Spielstand dann speichern konnte, in welchem Hafen man zuletzt angelegt hatte oder und so weiter und so weiter. Wie viel Goldschätze, welche Schiffe man gerade gekapert hatte und so weiter. Fand ich einfach vom Spielprinzip her so erwähnenswert, dass es definitiv in die Top Ten gehört, weil es einfach sowas auf der Konsole zu der Zeit eigentlich noch nicht so oft gab. Von der Komplexität und des Umfangs auch, das ist schon... Und auch gibt es auch komplett auf Deutsch. So ein bisschen fast schon Wirtschaftssimulationen im Piraten, Gefahrgewässer gemixt mit Rollenspielelementen. Ja, wie du schon sagtest, so die Karibik unter englischer Kolonialherrschaft, wo man dann da versucht, sich irgendwie einen Namen zu machen mit Fechteinlagen, mit Seeschlachten, mit Unterwerfungen. Genau, in Hafen irgendwie Handel betreiben, also alles drunter. Söldner an Bord kriegen, um eine bessere Crew zu kriegen. Also jetzt müssen wir unser Bild von Henning revidieren, dass er nicht nur Spiele für zwischendurch hat, sondern auch was für den anspruchsvollen Piraten machen kann. Er mag da mal gepflegt Leute über die Planke gehen sehen. Das Spiel habe ich auch wirklich gesuchtet ohne Ende, ja. Das ist... Also denke ich zurecht. Mal sechs. Mein Auge juckt. Perfekt. Carstens Auge juckt. Zeit für unsere Nummer fünf. Halbzeit unserer Top Ten mit der Mega Man Serie. Jetzt stellvertretend Mega Man 3 für... Wie viele Teile gab es auf dem NS? Sieben, acht, irgendwie so. Also einige. Also ich meine ja fünf, aber... Das Aushängeschild von... Sechs habe ich ja. Achso, ja dann sechs. Dann wird es wohl sechs geben. Das Aushängeschild von Carpcom der damaligen Zeit. Eine Reihe sehr lustig dargestellte Figuren, aber dennoch halt ein knallharter Shooter, der wirklich Spaß macht, sehr abwechslungsreich war, verschiedene Endgegner gab, wo man die Fähigkeiten von annehmen konnte und also wirklich da... Gut gemachter Shooter. Beginn, wie viele Serien hatten, die auf dem NS gestartet haben, so auch Mega Man. und dann Erfolgsgeschichte bis... Heute eigentlich. Bis heute. Also allein dieses Prinzip, sag ich mal, Stein, Schere, Papier, dass du quasi durch diese Gegner, die du erledigst, immer diese Spezialfähigkeit quasi den abnimmst und es gibt halt irgendwie, weiß ich nicht, erfinde ich jetzt gerade bei, meinetwegen Waterman wird halt besonders gut mit der Flamme bekämpft. Also man gab immer quasi so einen gewissen Vorteil, wenn du selbst herausgefunden hast, was passt auf was, weil man sonst war manche wirklich... Das Spiel war schon bockschwer, aber wenn man dann herausgefunden hat, was auf was passt, konnte man sich halt den gewissen Vorteil für einen Sieg dann erschaffen. Das war schon eigentlich immer so das Prinzip dieser Serie. Also quasi auch einfach taktischer Kampfeinsatz. Voradernd, spannend, abwechslungsreich, also deswegen Mega Man Reihe meine Top 5. Kurzer Nachtrag, weil ihr es alle wissen wolltet, Mr. Wikipedia sagt, Teil 6 ist der letzte auf dem NES Mega Man 7. Neben der X-Reihe auf dem Super Nintendo ist tatsächlich Mega Man 7 ein Super Nintendo Teil. Okay, ja, also stellvertretend für alle 6 Teile haben wir jetzt Mega Man 3 hier. Weiter geht's im Text. Unsere Nummer 4. Möchte jemand singen? Nein. Ducktales. Ja, perfekt. Einen Satz für mich verpasst. Ducktales. Jetzt könnte ich mich wiederholen. Nein, Ducktales ist nicht Bucky-Uher, aber Ducktales ist ein fantastisches... Wo ihr gerade jeweils den Typ rumhängt. Also ich finde die deutsche Version des Theme-Songs nicht so ganz so... Die englische war schon rockiger. Die englische hat auch den besseren Text. Den Vergleich habe ich jetzt noch nicht angestellt, aber es ist einfach rockiger, finde ich. Menschen mit zu viel Tagesfreizeit haben herausgefunden, dass der Text auf Deutsch heißt Entenhausen liegt genau vor Ducktales. Macht überhaupt keinen Sinn in der deutschen Version. Entenhausen ist genau vor Ducktales. Aber ist auch egal. Die Geografie von Entenhausen ist jetzt nicht das Thema, sondern warum... Ihr klickt gefälligst erst Ducktales-Videos an, wenn ihr alle unsere Videos zu Ende geguckt habt. Ducktales. Wuhu. Ducktales von Capcom, stellvertretend für viele Titel aus dieser Zeit, die Capcom mit Disney oder für Disney gemacht hat. Nämlich zu vielen dieser Samstagmorgen-Cartoons. Ducktales war eins, Chip und Chap war eins, Talespin bei uns hieß es. Das Dark and Duck-Spiel Captain Baloo und seine Toll-Kunde-Kolle. Das Dark and Duck-Spiel ist auch relativ gut. Das Dark and Duck-Spiel ist auch relativ gut, aber stellvertretend... Also fassen wir zusammen mit Konami, Capcom, Disney. Also wenn ihr jetzt gar keinen Plan habt mit den Sachen, könnt ihr nicht so viel falsch machen. Außer natürlich mit Bojubili. Hier das lebende Beispiel. So sieht man aus, wenn man Bojubili gekauft hat. Aufgrund meiner Empfehlung. Ducktales. Er ist halt auch ein Plattformer. Ist halt nun mal vorherrschendes Spiele-Genre auf diesen 8-Bit-Konsoren, was aber auch nicht schlecht ist. Und das Schöne an Ducktales oder besonders erwähnenswert an Ducktales ist, dass es ein sehr gutes Level-Design hat. Sehr unterschiedliche Stages, weil Onkel Dagobert halt auf der Jagd nach mehr Geld ist, wonach auch sonst und sonstigen Antiquitäten und Schätzungen... Nachvollziehbare Motivation. Ja, also der... Siehst du schon, wie in der Kindheit schon dieser Kapitalismus hochgehalten wird. Ich wollte doch immer wie Onkel Duck sein. Ich hab auch tatsächlich mal meinen Vater gefragt, ob ich nicht irgendwann mal auch in einem Geldspeicher baden darf. Ja, solche unrealistischen Vorstellungen werden durch Ducktales oder wurden durch Ducktales geschürt. Ja, man reist halt um die Welt und dann gibt's so Transilvaniens, glaube ich, eines der Amazonas und so weiter. Auch da wieder sehr schön designte Levels. Am Ende halt immer ein Endgegner, der aber auch sehr fordernd war. Immer eine gewisse Taktik auch gebraucht hat, womit man erst mal lernen musste, wie bewegt er sich. Kennt man halt aus den Spielen, aber sehr gut umgesetzt. Und was da ein besonders großes Schmankerl ist, war der Soundtrack, der bis heute, glaube ich, unter vielen Retrofreunden als einer der besten 8-Bit-Soundtracks aller Zeiten gilt. Ungelogen, hab ich mir nicht ausgedacht, wird oft so behauptet. Können natürlich gerne was anderes in den Kommentaren behaupten, den wir es immer hier erwähnen, aber auch das Bild war natürlich nicht von schlechten Eltern. Also man hatte ja viele 8-Bit-Spiele, wo man sich dachte, wie sieht denn die Figur aus? Mario, klar. Man konnte erkennen, dass es so aussieht, dass es Dagobert Duck ist. Mit seinem G-Rock, mit Stock und Eil. Das war nicht, wenn man genauer hinguckt und weiß, was es ist, dann passt das schon irgendwie, sondern du hast da hingeguckt, ohne zu wissen, was es ist. Du wusstest, das ist Donald, das ist Dagobert, das sind Tick, Trick und Track. Was auch immer, das war schon echt gut. Selbst bei General Custer auf dem Atari habe ich schon das Wesentliche erkennen können. Ja, aber genau. Deshalb, wie ich finde, völlig zu Recht eine der höheren Ränge, nämlich meine und auch unsere Nummer 4. Uhu. So, der erste Treppchenplatz. Wie überraschend. Platz 3 geht an Metroid. auch hier der Beginn einer bekannten Spiele-Serie auf dem NES. Metroid auch ein Sidescroller, ein Shooter, wobei von der Optik her anders als Mega Man schon so ein bisschen düsterer, würde ich sagen. Also schon ein bisschen auf Action-lastiger noch, aber halt dennoch richtig fesselnd, fordernd, Action-reich und gut. Aber auch eher was dann, was auch ein bisschen mehr in die Erwachsenenschiene geht und nicht unbedingt als Kinderspiel zu sehen ist. Bei Mega Man sieht man ja aufgrund der relativ spielerischen Figuren dann doch eher, dass es ein Kinderspiel ist, aber bei Metroid definitiv... Der ganze Soundtrack und die Atmosphäre war schon düster. Genau, sehr düster. Auch sehr interessant, glaube ich. Ich hoffe nicht, dass ich da jetzt quasi Scheiße erzähle und in dessen Folge natürlich ganz korrekt natürlich auch getrollt werden darf. Aber, ich meine, Metroid war eins der ersten Spiele, wo die Hauptfigur eine Frau war, was man natürlich nicht wusste, sei denn, man spielte dieses spezielle Ende frei, wo dann sich quasi diese Rüstung irgendwie löst und auf einmal steht da eine Frau in Unterwäsche und dann hieß es, ich habe die ganze Zeit eine Frau gespielt. Plus, dieses Spiel ist von perversen Japanern programmiert. Das war das andere, was dann gesagt werden soll. Und dann gab es den Ziel of Quality. Ja. Wahrscheinlich haben die Japaner, Oh, das ist ein guter Spiel und wird nicht zu Ende. Das können wir so das Qualitätssieger geben. So oder so ähnlich wird vielleicht das Gespräch gelaufen sein. Richtig. Genau so wird es passiert sein. Wahrscheinlich 1900. Wann ist es rausgekommen? Wissen wir nicht. Sollten Sie einen japanischen Stimmen-Imitator suchen. Unten eingeblendet sehen Sie die Kontaktdaten von dem Sebastian. Apropos, ich kann auch Köln mit den Frosch. Den kann er wirklich gut. Ja, Metroid. Unsere Top 3 und jetzt kann es noch besser werden. Wer weiß. Unser nächster Treppchenplatz. Kann man das so sagen? Das kann man so sagen. Jetzt wird Silber verteilt. Richtig. Und zwar an Pam. Zelda. Und auch nur in Originalverpackung. Nein, natürlich nicht nur in Originalverpackung. Hast du die seltene goldene Version, Henning? Ja, ich habe die seltene goldene Version, die auch quasi, auch wenn man sie auspackt, auch golden ist. Ich glaube, die hat sonst niemand. Nein, Spaß. Die waren natürlich alle golden. Nur diese ganzen Flohmarktverkäufer, die wollen euch weiß machen, dass die goldene Version ganz besonders selten ist und das Doppelte kostet. Auf jeden Fall, Zelda, der erste und der zweite Teil erschienen auf dem NES. Sind bei uns auf Platz 2, weil es doch auch wieder ein super Start für eine bekannte Spiele-Serie war, die ja bis heute auch unglaublich viele Fans hat, die auch wirklich, wirklich Hardcore-Fans sind. Ja. Und weil sie einfach von ihrer kleinsten Kindheit bis zum Erwachsenen-Dasein einfach ordentlich viele Stunden mit diesem Spiel verbracht haben. Und das natürlich auch vollkommen zu Recht, denn das Spielprinzip ist natürlich, ich meine, es ist ein RPG, das Spielprinzip ist heute natürlich relativ geläufig, aber das waren so wirklich die Anfänge den Spielprinzips und auch wirklich schön umgesetzt. Grafisch für die Zeit auf jeden Fall auch anspruchsvoll und hatte auch eine relativ gute Spieltiefe und was ich ja auch schon bei Pirates angemerkt habe, diese Module haben auch wieder eine Speicherbatterie, sodass man seinen Fortschritt in diesem doch relativ langwierigen, aber kurzlebigen Spiel auch speichern konnte. Also Henning musste nicht, wie ich mit meinem Battle of Olympus da endlos Papier endlos beschriften mit Passwörtern. Genau. Vielleicht hier noch, weil wir ja auf dem Platz zwei mit der Zelda-Reihe ja quasi zwei Titel jetzt auf dem zweiten Träppchen haben, ist vielleicht auch noch eine nette Entwicklung oder Experiment, was sie da gemacht haben, weil der erste Zelda-Teil ist ja so, wie man ihn kennt, klassische Top-Down-Ansicht und das zweite, das Links, wie heißt der zweite? Links Adventure, glaube ich, ist ja eigentlich so ein Bruch mit der Serie, weil man das wirklich in so einer Side-Scrolling-Perspektive sieht, aber es trotzdem noch RPG-Elemente hat, aber es halt optisch wirklich irgendwie ein Experiment darstellt, was auch hinterher nicht mehr wiederholt wurde. Das ist vielleicht noch so ein kleines Alleinstellungsmerkmal von dem zweiten NES-Teil der Zelda-Reihe. Auf jeden Fall gut experimentiert von Nintendo und einfach gut getroffen. Grundstein gelegt für eine grandiose Serie. Genau. Deswegen unsere Nummer 2, Silber zurecht an Zelda. Also, nun unsere Nummer 1. Jetzt geht's aufs Treppchen, jetzt gibt's... Gold? Gold. Gold. Und zwar für drei Spiele, darum dreimal Gold. für die Super Mario-Reihe, beziehungsweise für die Super Mario Bros-Reihe. Der Inbegriff von Nintendo, von Jump'n'Run eigentlich... Der Inbegriff, wollte ich gerade sagen, genau, der Inbegriff von Jump'n'Run. Was erst so ein blauer Igel revolutioniert hat. Ja, hört nicht auf den Sega-Fanboy. Wir sind ja in einer Nintendo-Folge, Super Mario ist natürlich einfach jedem bekannt. Wenn irgendeiner an Retro-Spiele denkt, ist das erste, woran man denkt, dieser dicke Klempner. Mario! 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 Er ist wieder da! Super Mario mit seinem brandneuen NES-Videospiel-Abenteuer Super Mario 3. Exklusiv aus der Action-Welt von Nintendo. Danach kommt sein Bruder, aber erstmal der dicke Klempner. Immer im Schatten seines Bruders, der arme Luigi. Ja, genau. Wahrscheinlich auch, wenn man jetzt mal überlegt, wie du gerade sagtest, Bekanntheitsgrad ist quasi unerreicht. Man kann das, glaube ich, immer ganz gut daran messen, wenn man Leuten diesen Namen vor den Kopf knallt, die nicht in ihrem Leben einmal einen Controller in der Hand halten oder gehalten haben. Sie wissen trotzdem, wer das ist. Und damit kann man es halt, glaube ich, ganz gut sagen, dass das irgendwie die Definition des Jump-Run-Genres ist und auch für den, sag ich mal, für jeden erschwinglich, das nach Hause gebracht hat, zu sagen, wir spielen jetzt eine Runde Mario Brothers. Das hat Nintendo in der damaligen Zeit auch wirklich maximal ausgeschlachtet noch mit einer Serie. Hallo Freunde, jetzt kommt die Super Mario Brothers Super Show. Oh, wir sind die Mario Brothers. Ah, es klappt mit Bekann. Ah, nicht wie die anderen, wir sind in Lange. Es gab noch so eine Realverfüllung davon. Es gab aber auch ähnlich, wie es von Off-the-Sonic-Reis genauso gab im Knobelspiel. Dr. Mario war so eine Tetris-Variante. Genau, da gab es Yoshi's Cookie und also mit diesen ganzen Spin-Offs mit den Charakteren aus der Reihe. Aber es ist natürlich einfach, also ich glaube, wenige Spielereien haben so viele Stunden irgendwie über den Bildschirm oder am Bildschirm verbracht wie Super Mario. Auch die ganzen, klar, die ganzen Eskapaden, die hinter kamen, wo die Marke sehr ausgeschlachtet worden sind mit schlechten Sachen, die dem vielleicht nicht so gut getan haben. Wenn wir uns nochmal konzentrieren auf unsere drei Gold-Kandidaten hier, auch da sieht man, finde ich, eine sehr gute Entwicklung, ähnlich wie bei Zelda. Also wir haben das Erste, was so für sich steht, was ja relativ rudimentär ist. Es ist ja nicht so viel, man rennt ja mal durch ein Level, was sich zwar ein bisschen verändert von dem Aufbau, aber so wirklich grafisch oder von der Welt her wird ja nicht ganz so viel verändert, außer mal ist es irgendwie unter der Erde, mal ist es über der Erde, aber es ist ja noch nicht irgendwie so ein Spektrum. Der zweite Teil ist ja dann ein Klassiker, es ist ja eigentlich ein umgebrandetes Japano-Spiel. Es ist ja eigentlich gar nicht Super Mario 2, sondern eins, was sie für den Westen umgebaut haben. Aber trotz alledem ist es gerade dadurch auch wieder was Besonderes, weil es ja mit dieser Mechanik mit, man muss ja Gegner aufheben, man kann ja nicht mehr durch Draufspringen erledigen, wie normales, klassisches so wäre, sondern man schmeißt ja irgendwelche Wurzeln oder andere Gegner auf die drauf. Das ist ja wieder so, steht für sich wieder ein Teil alleine. Und der dritte ist ja eigentlich das, wo sie die Suppe irgendwie so verfeinert haben, dass man sagt, mit Items, mit Waschbär Mario, was es da alles zum ersten Mal gab. Die Welten sind bunt. Ist es der dritte nicht auch der Meisten verkauft? Ich glaube, Teil 1 wurde oft gewandelt mit der Konsol und Teil 3 ist so der Meisten verkauft. Und mit Oberweltkarte und du hast die Welt unterscheiden sich thematisch alle voneinander. Es ist so viel drin, wo man auch gesagt hat, das ist so auch so ein Spiel, was ja bei vielen Konsolen dann eher so im letzten oder im drittenen Lebenstyklus irgendwie kommt. Und man sagt, jetzt haben sie raus, wie man das Maximale rausprogrammiert. Und das merkt man, finde ich, bei Mario Bros. 3 am meisten. Das ist einfach grafisch auch noch mal eine ganz andere Hausnummer. Das ist, das macht einfach Spaß. Immer noch. Genau. Aus diesem Grund. Nummer 1, ich glaube, das sehen auch relativ viele so, auch wenn man jetzt sagen könnte, ja, war ja irgendwie jetzt keine Überraschung, aber es, manche Sachen sind nicht so diskutabel wahrscheinlich. Manche sind damit verkauft, aber ganz ehrlich, wenn man die Top 10, dann muss Mario doch einfach dabei sein. Es gibt selbstverständlich aber auch noch viele andere, es war eben eine Top, wir können auch eine Top 20 machen, es gibt noch Castlevania und was es alles noch für Spiele reingibt, die wirklich auch ihren Anfang hatten, die auch richtig, richtig gut sind. Aber wir sind meistens einfach der Meinung, wir können nur wirklich was zu spielen sagen, die wir selber auch wirklich gespielt haben. Ja. Das ist zwar auch schon eine ganze Menge, aber natürlich längst nicht alles, aber davon sind das halt unsere Top 10. Es wird sicher auch noch einige Geheimtipps geben, kommentiert gerne, teilt die anderen noch mit. Auf jeden Fall. Wir würden natürlich auch gerne neue Sachen kennenlernen, die wir vielleicht bisher noch nicht auf dem Schirm hatten. Die man da mal anspielen. Seht es vielleicht als kleine Einkaufsanleitung, noch nicht habt und noch welche sucht. Also mit dem unserer Top 10 kann man glaube ich nicht so viel falsch machen. Für jeden was dabei. Wenn es einem nicht gefällt, wird man es auch für einen guten Preis wieder los. Ja. Wobei man auch sagen muss, man wird es nicht nur für einen guten Preis wieder los. Man muss fairerweise tatsächlich nochmal als kleines Endnote sagen, ohne dem Ganzen jetzt so einen Kniff zu geben. Es ist nicht ganz so günstig, heutzutage fürs NES zu sammeln. Muss man einfach an der Stelle nochmal sagen, weil gerade die Top-Titel. Also Mario kriegt man natürlich noch relativ günstig, weil es halt eine hohe Auflage hat. Aber gerade so, wenn es dann in Richtung Originalverpackung geht oder wenn es in Richtung geht, wie zum Beispiel Metroid, was ja ohne Originalverpackung schon relativ teuer ist, da muss man natürlich schon ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Aber unserer Meinung nach lohnt sich das bei den Spielen der Masterzeit. Alternativ kann man sich auch ein Master-System kaufen. Mit diesem Schlusswort herzlichen Glückwunsch NES zum Bespaßen von so vielen Leuten und wir verabschieden uns bis zur nächsten Folge. Tschüss! Machen wir demnächst mal so ein bisschen so Retro-Hacks. Wie geht eine CD oder ein Modul besser zu lesen? Modul am besten, wenn man so eine Mikrowelle bei 120 Grad packt und eine CD, wenn man mit einer Drahtbürste drüber geht. Das ist auf jeden Fall Top-Lifehack oder Retro-Hack. Retro-Spiel-Hersteller hassen diesen Trick. Hahahaha! 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 Sachen, die sind so ultra-rarear. Ja, die würden schon quasi dem Sonnenlicht ausgesetzt 50% Wertverlust haben. Unsere Zustauer verlieren auch an Wertverlust. Sonnenlichten. Hahahaha! Ja, das kann natürlich sein. Liebe Kinder, stimmt. Ja, ja, ja. Also auch mal eine Freundin und so haben. Nein, auf jeden Fall. Huuu!